An Wilhelmine von Zenge, Frankfurt an der Oder, 30. Mai 1800. Liebe Wilhelmine, die wechselseitige Übung in der Beantwortung zweifelhafter Fragen hat einen so vielseitigen Nutzen für unsere Bildung, dass es wohl der Mühe wert ist, die Sache ganz so ernsthaft zu nehmen, wie sie ist, und dir eine kleine Anleitung zu leichteren und zweckmäßigeren Entscheidungen zu geben. Denn durch solche schriftlichen Auflösungen interessanter Aufgaben üben wir uns nicht nur in der Anwendung der Grammatik und im Stile, sondern auch in dem Gebrauch unserer höheren Seelenkräfte. Und endlich wird dadurch unser Urteil über zweifelhafte Gegenstände festgestellt und wir selbst auf diese Art nach und nach immer um eine und wieder um eine interessante Wahrheit reicher. Die Antwort auf meine erste Frage ist ihrem Sinne nach ganz so und die Antwort auf meine zweite Frage ihrem Sinne nach vielleicht noch besser, als ich sie selbst gegeben haben würde. Nur in der Einkleidung, in der Anordnung und in der Ausführung beider Entscheidungen ließe sich einiges anführen, das zu tadeln wäre. Das behalte ich aber unseren mündlichen Unterhaltungen bevor und begnüge mich, dir hier bloß den Weg vorzuzeichnen, den ich selbst bei der Beantwortung einer ähnlichen Frage einschlagen würde. Gesetzt, du fragtest mich, welcher von zwei Eheleuten, deren jeder seine Pflichten gegen den anderen erfüllt, am meisten bei dem früheren Tode des anderen verliert, so würde alles, was in meiner Seele vorgeht, ungefähr in folgender Ordnung aneinanderhangen. Zuerst fragt man Verstand. Was willst du? Das heißt, mein Verstand will den Sinn deiner Frage begreifen. Dann fragt meine Urteilskraft. Worauf kommt es an? Das heißt, meine Urteilskraft will den Punkt der Streitigkeit auffinden. Zuletzt fragt meine Vernunft. Worauf läuft das hinaus? Das heißt, meine Vernunft will aus dem Vorangehenden das Resultat ziehen. Zuerst stellt sich also mein Verstand den Sinn deiner Frage deutlich vor und findet, dass du dir zwei Eheleute denkst, deren jeder für den anderen tut, was er seiner Natur nach vermag. Dass du also voraussetzest, jeder verliere bei dem Tode des anderen etwas und dass du endlich eigentlich nur wissen willst, auf wessen Seite das Übergewicht des Verlustes befindlich ist. Nun stellt sich meine Urteilskraft an die Quelle der Streitigkeit und fragt, was tut denn eigentlich jeder der beiden Eheleute seiner Natur nach für den anderen? Und wenn sie dieses gefunden hat, so vergleicht sie das, was beide füreinander tun und bestimmt daraus, wer von beiden am meisten für den anderen tut. Da findet nun die Urteilskraft zuerst, dass der Mann nicht bloß der Mann seiner Frau, sondern auch noch ein Bürger des Staates, die Frau hingegen nichts als die Frau ihres Mannes ist. Dass der Mann nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau, sondern auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland, die Frau hingegen keine anderen Verpflichtungen hat als Verpflichtungen gegen ihren Mann. Dass folglich das Glück des Weibes zwar ein wichtiger und unerlässlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes. Das Glück des Mannes hingegen der alleinige Gegenstand der Frau ist. Dass daher der Mann nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau, die Frau hingegen mit ihrer ganzen Seele für den Mann wirkt. Dass die Frau in der Erfüllung der Hauptpflichten ihres Mannes nichts empfängt, als Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens. Der Mann hingegen in der Erfüllung der Hauptpflichten seiner Frau die ganze Summe seines Häuslichen, das heißt überhaupt, alles Glückes von ihr empfängt. Dass zuletzt der Mann nicht immer glücklich ist, wenn es die Frau ist. Die Frau hingegen immer glücklich ist, wenn der Mann glücklich ist. Und dass also das Glück des Mannes eigentlich der Hauptgegenstand des Bestrebens beider Eheleute ist. Aus der Vergleichung dieser Sätze bestimmt nun die Urteilskraft, dass der Mann bei weitem, ja unendlich mehr von seiner Frau empfängt, als die Frau von ihrem Mann. Nun übernimmt die Vernunft das letzte Geschäft und zieht aus jenem letzten Satze den natürlichen Schluss, dass derjenige, der am meisten empfängt, auch am meisten verlieren müsse. Und das folglich, da der Mann unendlich mehr empfängt als die Frau, er auch unendlich mehr bei dem Tode derselben verlieren müsse, als die Frau bei dem Tode ihres Mannes. Auf diesem Wege wäre ich also durch eine Reihe von Gedanken, deren jeden ich, ehe ich mich an die Ausführung des Ganzen wage, auf einem Nebenblatte aufzuschreiben pflege, auf das verlangte Resultat gekommen. Und es bleibt mir nun nichts übrig, als die zerstreuten Gedanken in ihrer Verknüpfung von Grund und Folge zu ordnen und dem Aufsatz die Gestalt eines abgerundeten, vollständigen Ganzen zu geben. Das würde nun ungefähr auf diese Art am besten geschehen. Der Mann ist nicht bloß der Mann seiner Frau. Er ist auch ein Bürger des Staates. Die Frau hingegen ist nichts als die Frau ihres Mannes. Der Mann hat nicht bloß Verpflichtungen gegen seine Frau. Er hat auch Verpflichtungen gegen sein Vaterland. Die Frau hingegen hat keine anderen Verpflichtungen als Verpflichtungen gegen ihren Mann. Das Glück des Weibes ist zwar ein unerlässlicher, aber nicht der einzige Gegenstand des Mannes. Ihm liegt auch das Glück seiner Landsleute am Herzen. Das Glück des Mannes hingegen ist der einzige Gegenstand der Frau. Der Mann ist nicht mit allen seinen Kräften für seine Frau tätig. Er gehört ihr nicht ganz, nicht ihr allein. Denn auch die Welt macht Ansprüche auf ihn und seine Kräfte. Die Frau hingegen ist mit ihrer ganzen Seele für ihren Mann tätig. Sie gehört niemandem an als ihrem Mann. Und sie gehört ihm ganz an. Die Frau endlich empfängt, wenn der Mann seine Hauptpflichten erfüllt, nichts von ihm als Schutz gegen Angriff auf Ehre und Sicherheit und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens. Der Mann hingegen empfängt, wenn die Frau ihre Hauptpflichten erfüllt, die ganze Summe seines irdischen Glückes. Die Frau ist schon glücklich, wenn es der Mann nur ist. Der Mann nicht immer, wenn es die Frau ist. Und die Frau muss ihn erst glücklich machen. Der Mann empfängt also unendlich mehr von seiner Frau, als umgekehrt die Frau von ihrem Mann. Folglich verliert auch der Mann unendlich mehr bei dem Tode seiner Frau, als diese umgekehrt bei dem Tode ihres Mannes. Die Frau verliert nichts als den Schutz gegen Angriffe auf Ehre und Sicherheit und Unterhalt für die Bedürfnisse ihres Lebens. Das Erste findet sie in den Gesetzen wieder. Oder der Mann hat es ihr in Verwandten, vielleicht den erwachsenen Söhnen, hinterlassen. Das Andere kann sie auch als Hinterlassenschaft von ihrem Manne erhalten haben. Aber wie will die Frau dem Manne hinterlassen, was er bei ihrem Tode verliert? Er verliert den ganzen Inbegriff seines irdischen Glückes. Ihm ist mit der Frau die Quelle alles Glückes versiegt. Ihm fehlt alles, wenn ihm eine Frau fehlt. Und alles, was die Frau ihm hinterlassen kann, ist das wehmütige Andenken an ein ehemaliges Glück, das seinen Zustand noch umso trauriger macht. Ich füge jetzt hier noch eine Frage bei, die auf ähnlichem Wege aufgelöst werden könnte. Sind die Weiber wohl ganz ohne allen Einfluss auf die Staatsregierung? Verschiedene Denkübungen für Wilhelmine von Zenge Frankfurt oder Frühjahr 1800 1. Wenn jemand einen Fehler, von welchem er selbst nicht frei ist, an einem anderen tadelt, so hört man ihm oft antworten, du machst es selber nicht besser und tadelst doch andere. Ich frage, darf man darum nie einen Fehler an anderen tadeln, weil man ihn selbst beging? 2. Was für ein Unterschied ist zwischen Rechtfertigen und Entschuldigen? 3. Wenn beide, Mann und Frau, füreinander tun, was sie ihrer Natur nach vermögen, wer verliert von beiden am meisten, wenn einer zuerst stirbt? 4. Eine Frau kann sich die Achtung und das Vertrauen ihres Mannes erworben haben, ohne sein Interesse zu besitzen. 5. Wodurch gewinnt und erhält sie sich dieses? Frage Eine Frau, die achtungswürdig ist, ist darum noch nicht interessant. Wodurch erwirbt und erhält sich nun wohl eine Frau das Interesse ihres Mannes? Antwort Es ist mit dem Interesse wie mit allen anderen Dingen dieser Erde. Es ist nicht genug, dass der Himmel sie erschaffen hat. Er muss sie auch unterhalten. Wenn sie fortdauern sollen. Und nichts bedarf der Nahrung der Sorgfältigsten. Mehr als das rätselhafte Ding, das sich erzeugt. Wir wissen nicht wie. Und oft wieder verschwindet. Wir wissen nicht wie. Das Interesse. Interesse erwecken und es sich selbst überlassen. Heißt einem Kinde das Leben geben und es sich selbst überlassen. Das eine stirbt wie das andere dahin. Nicht, weil man ihm etwas Schädliches zufügt, sondern weil man ihm nichts zufügt. Aber das Kind ist nicht so ekel in der Ernährung als das Interesse. Das Kind begnügt sich mit einer Nahrung. Das Interesse will immer eine ausgesuchte, verfeinerte, wechselnde Nahrung. Es stirbt, wenn man ihm heute und morgen vorsetzt, was es schon gestern und vorgestern genoss. Denn nichts ist dem Interesse so zuwider als Einförmigkeit und nichts ihm dagegen so günstig als Wechsel und Neuheit. Daher macht uns das Reisen so viel Vergnügen, weil mit den immer wechselnden Standorten auch die Ansichten der Natur immer wechseln. Und daher hat überhaupt das Leben ein so hohes, ja, das höchste Interesse, weil es gleichsam eine große Reise ist und weil jeder Augenblick etwas Neues herbeiführt, uns eine neue Ansicht zeigt oder eine neue Aussicht eröffnet. Nun ist aber nichts so fähig, eine immer wechselnde Gestalt anzunehmen als Talente. Die Tugend und die Liebe tragen ihrer Natur nach immer nur ein Gewand und dürfen es ihrer Natur nach nicht wechseln. Talente hingegen können mit Form und Einkleidung unaufhörlich wechseln und gefallen vielleicht eben nur darum, weil sie das können. Daher wird eine Frau, die sich das Interesse ihres Mannes erhalten will, ihre Talente, wenn sie von der Natur damit beschenkt ist, immer ausbilden und üben müssen, damit der Mann immer bei ihr den Genuss des Schönen finde, den er nie ganz entbehren kann und den er sonst bei Fremden suchen müsste. Denn Tugend und Liebe begründen zwar das Familienglück, aber nur Talente machen es wirklich anziehend. Dabei ist nicht eben notwendig, dass die Talente der Musik, des Zeichnens, des Vorlesens etc. bis zur Vollkommenheit ausgebildet sind, wenn nur überhaupt der Sinn für das wahre Schöne dabei herrschend ist. Frage Was ist wünschenswerter, auf eine kurze Zeit oder nie glücklich gewesen zu sein? Antwort Wenn man den Zustand dessen, der ein Glück verlor, mit dem Zustande dessen vergleicht, der nie ein Glück genoss, so schwanken die Schalen unter den Gewichten fast gleicher Übel und es ist schwer, die Frage zu entscheiden. Doch scheint es, als ob sich die Waage auf der Seite der Letzteren neigte. Wer einst an den Brüsten des Glückes den goldenen Traum des Lebens träumte, der streckt zwar, wenn ihn das Schicksal mit rauer Stimme weckt, wehmütigt die Arme aus nach den göttlichen Gestalten, die nun auf immer entfliehen, und sein Schmerz ist umso größer, je größer das Glück war, dessen er genoss. Aber ihm ist doch aus dem Füllhorne des Segens, das von oben herab sich öffnet, auch ein Blümchen zerfallen, das ihn selbst in der Erinnerung noch erfreuen kann, wenn es gleich längst verblüht ist. Ihm sind doch die Ansprüche, die er an dies Leben zu machen hatte, nicht ganz unerfüllt geblieben. Nicht mit allen seinen Forderungen ist er von der großen Erbschaft abgewiesen worden, welche der Himmel den Kindern der Erde vermacht hat. Nicht murren wird er mit dem Vater der Menschen, der ihn von seiner Liebe nicht ausschloss, nicht mit bitterem Groll seine Geschwister beneiden, die mit ihm nur zu gleichen Teilen gingen, nicht zürnen auf den Genuss seines Glückes, weil er nicht ewig werte, so wie man dem Frühlinge nicht zürmt, weil er kurz ist, und den Tag nicht verwünscht, weil ihn die Nacht ablöset. Mutiger und sicherer, als wenn er nie auf hellen Pfaden gewandelt wäre, wird er nun auch die dunklen Wege seines Lebens durchwandeln und in der Erinnerung zuweilen mit wehmütiger Freude die bemoosten Ruinen seines ehemaligen Glückes besuchen, um das Herbstblümchen der Weisheit zu pflücken. Aber wem von allen seinen brennenden Wünschen auch nicht der bescheidenste erfüllt wurde, Wer von jenem großen Vermächtnis, von dessen Überfluss alle seine Brüder schwelgen, auch nicht einmal den Pflichtteil erhalten hat, der steht da wie ein verstoßener Sohn, ausgeschlossen von der Liebe des Allvaters, der sein Vater nicht ist, und die Schale, auf welcher sein Zustand ruht, neigt sich tief gegen die Schale des Anderen. 1. Wenn der Mann sein brutales Recht des Stärkeren mit den Waffen der Gewalt gegen die Frau ausübt, hat nicht auch die Frau ein Recht gegen den Mann, dass man das Recht des Schwächeren nennen könnte und das sie mit den Waffen der Sanftmut geltend machen können? 2. Was knüpft die Menschen mehr mit Banden des Vertrauens aneinander? Tugenden oder Schwächen? 3. Darf die Frau niemandem gefallen als dem Manne? 4. Welche Eifersucht stört den Frieden der Ehe? Damit indessen nicht immer bloß dein Verstand geübt wird, liebe Wilhelmine, sondern auch andere Seelenkräfte, so will ich auch einmal deiner Einbildungskraft eine kleine Aufgabe geben. Du sollst mir nämlich die Lage beschreiben, die deinen Erwartungen von dem künftigen Glücke der Ehe am meisten entsprechen könnte. Du kannst dabei deine Einbildungskraft freien Lauf lassen, den Schauplatz des ehelichen Glückes ganz nach deinen Begriffen vom Schönen bilden, das Haus ganz nach deiner Willkür ordnen und einrichten, die Geschäfte bestimmen, den du dich am liebsten unterziehen würdest und die Vergnügungen nennen, die du dir oder mir oder anderen am liebsten darin bereiten möchtest. Fragen 1. Darf man jeden irrigen Grundsatz anderer Menschen bekämpfen oder muss man nicht unschädliche Grundsätze dulden und ehren, wenn an ihnen die Ruhe eines Menschen hangt? 2. Darf man wohl von einem Menschen immer mit unerbittlicher Strenge die Erfüllung seiner Pflichten verlangen? Oder kann man nicht schon mit ihm zufrieden sein, wenn er seine Pflichten nur immer anerkennt und den guten Willen, sie zu erfüllen, nie verliert? 3. Darf der Mensch wohl alles tun, was recht ist? Oder muss er sich nicht damit begnügen, dass nur alles recht sei, was er tut? 4. Darf man sich in dieser Welt wohl bestreben, das Vollkommene wirklich zu machen? Oder muss man sich nicht begnügen, nur das Vorhandene vollkommener zu machen? 5. Was ist besser? Gut sein oder gut handeln? Wenn ein Mädchen gefragt wird, was sie von einer zukünftigen Ehe fordert, um am glücklichsten darin zu sein, so muss sie zuerst bestimmen, 1. Welche Eigenschaften ihr künftiger Gatte haben soll, ob er an Geist und Körper außerordentlich oder gewöhnlich und in welchem Grade er dies sein soll, etc. Ferner, ob er reich, vornehm, etc. 2. Welch ein Amt er bekleiden soll, ob ein militärisches oder ein Zivilamt oder gar keins. 3. Wo der Schauplatz der Ehe sein soll, ob in der Stadt oder auf dem Lande, und wie er in einem dieser Fälle seinen einzelnen Bestimmungen nach beschaffen sein soll, ob er im Gebirge oder in der Ebene oder am Meere, etc. liegen soll. 4. Wie das Haus selbst eingerichtet sein soll, ob groß und prächtig oder nur geräumig, bequem, etc., etc. 5. Ob Luxus in der Wirtschaft herrschen soll oder Wohlstand, etc., etc. 6. Welche Geschäfte sie führen will, welche nicht, etc. 7. Welche Vergnügungen in dem Hause herrschen sollen, ob geräuschvolle oder stille, prächtige oder edle, moderne oder sinnreiche, etc., etc. 8. Welchen Grad von Herrschaft sie darin führen und welchen sie ihrem Gatten überlassen will. 9. Wie ihr Gatte sich überhaupt gegen sie betragen soll, ob schmeichelnd oder warm, demütig oder stolz, ob er im Hause lustig oder froh oder ernst sein soll, ob er sie außer dem Hause mit Eklat ehren soll, oder ob es genug sei, wenn dies zu Hause im Stillen geschieht, ob überhaupt außer dem Hause vor den Menschen viel geschehen müsse, oder ob es nicht genug sei, ganz im Stillen desto mehr zu genießen. Da das Ganze nichts als ein Wunsch ist, so hat die Fantasie ihren uneingeschränkten Spielraum und darf sich an keine Fessel der Wirklichkeit binden. mich ist nicht hoffen, ich möchte sagen, dass M